Seit den 80er Jahren habe ich Fernsehsender und Radiosender mitbegründet und begleitet. Und nach wie vor finde ich es spannend, Sender von der Gründung über die Lizenzierung bis hin zur Programmgestaltung in all ihren rechtlichen Facetten zu begleiten. In den letzten zehn Jahren hat sich die Medienwelt rasant verändert und sie befindet sich mehr denn je in einem völligen Umbruch von der analogen zur digitalen Welt. Wir sehen es daher als besondere Herausforderung, mit den neuesten technologischen und rechtlichen Entwicklungen Schritt zu halten, damit wir unsere Mandanten immer kompetent beraten können. Einer meiner Schwerpunkte ist die Beratung von Produktionsfirmen im Film- und Fernsehbereich, von Eventveranstaltern, Agenturen oder Buchverlagen. Auch Persönlichkeiten wie Moderatoren und Schauspieler, Sportler, Autoren oder Musiker werden von uns in all ihren rechtlichen Fragen begleitet. Wir kümmern uns um unsere Mandanten und das dank langjähriger Erfahrung schnell und effizient. In unsere Beratung bringe ich meine Erfahrungen und mein Netzwerk an verlässlichen Partnern aus meiner medienpolitischen Arbeit wie im Film- und Fernsehproduzentenverband oder verschiedene Gremien wie der Landeseinstalt für Medien ein. Für unsere Mandanten stellen wir uns täglich den Herausforderungen einer sehr innovativen und sich rasant verändernden Branche und das mit großem Engagement. Für unsere Mandanten und die Beratung bringe ich meine Erfahrungen und die Beratung von unserer Bewerber. Untertitelung des ZDF, 2020